Oh oh, ich verbrenn nicht. Nicht. Ah! Ja, danke, danke. Weißt du, wenn du hier nicht trinkst, wirst du komisch angeguckt. Da heißt es dann direkt. Ach, trinkst du heute kein Bier? Ach trinkst du heute kein Bier? Alter, ich denke da wohnen! B, 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 B. Cone, Cone, Cone. Is down. Leute, Cone. Da sind zwei... Ey! Ja! Oh, weg, Cone! Ehe, Cone! Cone! Oh! Das ist B! Ich grüß meine Oma! Da liegt's! Ich krieg Krebs! Ja! Wuuu! Wuuu! Ja! Oh, sieh! Nice. Ey! Hallo! Hi! Go, go, go! Mitte! Wuuu! 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 Oh, Jungs! Achtung! Lang kommt, habe ich eben gesehen. Habe ich eben ganz alleine gesehen. Nice! Wuuu! 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 Short kommt, short kommt, short kommt! Wuuu! Aber Jungs, wir machen einen Deal. Wir dürfen die Accounts erst checken, wenn ich, wenn ich finde, dass da einer hackt. Okay, los geht's. Alter, der schießt im Warm-up! Der wird hacken wahrscheinlich. Chattet ihr schon wieder rein, oder was? Ne, aber Larry... What the... Larry! B-Main! Zwei, zwei, eins. Die Cheaten! Äh, ich verstehe Larry, aber sowas wie ganz am Anfang die Accounts checken mag ich auch nicht. Ja, ich kann, wie gesagt, ich kann's auch verstehen. Ist doch nicht so, als wenn ich, als wenn ich da hocken würd und sagen würde, es gibt keine Hacker! Wie, ne? Nur finde ich's schlecht, wenn man sich das Leben dann schwer macht. Vor allem, wenn gar keine Hacker da sind. Also, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn im Gegnerteam jemand Legend hackt, aber du es nicht erkennst? Dann erkennst du es halt nicht, ne? Ist halt so, als wenn du verloren hättest, naja. Viel schlimmer finde ich es, wenn du einen Hacker erkennst, wo keiner ist und dir dann direkt das Spiel zer... Hallo, Chat! ...direkt das Spiel kaputt machst. Obwohl da niemand da ist, so grundlos. Das finde ich immer drastisch und das fühlt sich halt immer so krass an. Also, Jungs, wenn ich einmal jemanden im Chat sehe... ...von euch vieren, rasch dich aus. Dann nennt man das Merv. Ja, dann sagt man das Merv oder sonst was. Ist ja, ist mir an sich egal, das Down, Hedgehog ist Down. Ist mir wurscht, wie man es benennt. Ja gut, die habe ich kaputt gemacht. Es geht mir wirklich dabei ausschließlich um dieses eigene Empfinden des Spiels. Das Spiel nimmt dann halt ordentlich an Spaß ab, wenn du sofort sagst, wir haben keine Chance, weil da hackt einer. Instant. Habe ich im Griff, Sneasel? Keine Sorge. Ich habe ihn im Chat geschrieben. Ich schwöre bei Gott. Ey, Leute, Sneasel hat im Chat was geschrieben. Dach hier, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung, Arschriff. Boah! Hä? Boah! Ich habe eine runde Arschriff. Ekelig sowas. Konzentrier dich aufs Game, Mensch. Raby, die musst du machen. Er hat genauso viele Empfehlungen auf allen drei. Ich habe alles gekauft. Oh! Öh! Oh! Ah! Habitaki. Ah! Oh! Öl-Baghet. Öl-Möle. Hey. Keiner Sand, Sand, Sandbags. Ah! Hätt schon schrägelt. Lalalalalala! Nein! Scheiße! Oh! Larry und du sagst, andere Leute hacken? What the fuck, dude? Ey, Jungs, könnt ihr mal bei Larry bitte das Profil checken? Nein, ist irgendwas nicht richtig? Ja, die cheaten die Gegner. Hallo Larry, warte mal. Jungs, ich guck jetzt gleich in die Profile rein, wenn es so weiter geht. Na gut, Neon Dacke, will ich erst mal unterlassen? Ich will den ersten guten Tag in Turken werden mit Rass überfahren. Alter, wie viel, wie viel, was ist... Hä? Okay, der war daneben. Alter, hä? Was ist hier los, Jungs? Irgendwas stimmt nicht. Haben Sie das gesehen? Ja, gegen Orange. Was war los, Alter? What the fuck? Der nimmt mir nicht hin. Der hat an, wie jeder in Game schon sagt. Was, echt jetzt? Machen die Jungs das ernst? Wer ist denn Orange überhaupt? Ach so. Ich guck mir mal sein Profil an. Investiger die Musik einblenden. Ja, ich sag doch den Cheaten. Den Cheaten. Was sag ich euch? Alter, was sag ich euch, Mann? Wenn ihr das einmal kommt, den Cheaten nicht. Den bringt Jungs. Ja, ich hab ja eben auch mehrere Schüsse auf seinen Kopf gemacht. Aber es geht einfach nichts, als wenn er nicht da wäre. Ich dachte kurz, dann wäre er ausgetimt. Scheiße, Alter! Ey! Aber... Der ist mit der Vorsicht. Achtung, Larry. Mach ich dir. Oh, Larry! Oh, Larry! Komm, wir gehen... Larry, was ist passiert? Ah, den hast du... Natürlich hab ich den, Alter! Äh, Larry, Larry! Äh... Ist... Nee. Nee. Ha, Alter! Äh, ja, die Bombe hab ich euch hier liegen gelassen. Dass ihr auch mal mal Punkte bauen könnt. Ach, ich bin letzter. Fuck. Man nennt mich Detektiv Conant. Oh, wir müssen... He's down! He's fucking down! Schnell auf den Plan! Schnell auf den Plan! Schnell auf den Plan! Jungs, das Bombe nehmen! Ich bin voll! Ach, scheiße! Larry! Wie frech! Larry, den hole ich! Guck mal, dieser Fall Kitty von Sneasel. Ach, die ist so sweet, Alter! 3, 2, 1! Durch, Jungs! Rrrr! Ich seh gar nichts. Nice! Bin ich wieder blind? Ist es gut? Highway! Ja, kann man auch. Gegen Cheater zu spielen ist nicht nice, aber aufgeben ist nie eine Option! So sieht sie mich aus! Habt ihr noch eine Smoke? Ja, der ist schon wieder da, Mann, der weiß. Ja, Leute, einer ist on-spot gesprungen. On-spot. Der schieb da aus. Der schieb da aus. Der schieb da aus. Jaaaa! 61 in zwei! Gott! Und da darf ein vierter Spieler dabei sein, der kein... Nein, ich will nicht! Okay. Klippen! So... Sauer! Holy shit! Ganz kurz, ich glaub, meine Nachbarn sind gleich auch sehr wütend und sauer. Möglich, möglich. Dreck sauer. Die bin ich dabei. Sehr gut, ey, ey! Mann! Mean! Mean! He's a mean! Haha, wie ist er da? Hey, ey, 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 ey! Da, 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 da! Germany is a match-making! W'd viii- Stimme, bros! Great experience! MAN! Ey, du dumme Sau, Mann! overthrow. Generally carturs 一! Had ass! Oh Gott, Alter! Oh Gott, Alter! Das klingt fast weh! So koff ist doch nie! H Bald prob warst duvana! Jungs mal, die sollen nicht heulen. Ich werde, glaube ich, den Global easy... Easy im Single Queue machen. Solo Queue, meine ich. Alter Falter, was treibt hier? Scheiße. Die Matchmaking Experience. Du bist so grob. 20er PA, hat nicht geklappt. Das Spiel ist jetzt schon nur noch neben Saradaki. Ist das Beste. War aber auch ziemlich schlecht. Alter Bubbler, zweiter Platz. Larry und Bubbler haben mal wieder ganz schön gecarried. Enorm. Mal gehen. Alles Gute. Mal gehen. Mal gehen. Mal gehen. Mal gehen. Mal gehen. Ich hab in die Welt. Vielen Dank.